Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionen-Tor. Wir sind im Falkenheim und gehen unsere drittletzte Quest abgeben, bzw. füllen wir es an. Tutskowa möchte, dass wir aufräumen und sie wartet in der Arena auf uns. Mal gucken, wo die gute Frau sich befindet. Wir sollen nämlich Frühjahrsputz machen. Hey, du bist doch der ehemalige Champion-Bomber Luigi. Tutskowa ist jetzt die Managerin. Wenn du mit ihr sprechen willst, findest du sie in ihrem Büro dort hinten. Jetzt weiß ich, du willst wieder kämpfen. Oh Mann, das ist jetzt super. Nein, will ich nicht. Ich möchte nur mit ihr reden. Das ist der Lagerraum. Was, das ist der Büro? Aufenthaltszimmer. Aufenthaltsraum. Was, du willst wieder kämpfen? Das freut mich. Bitte geh ins Büro. Tutskowa, die neue Managerin wird sich freuen. Hm. Wer ist da? Hast du schon mal was von Anklopfen gehört? Oh, du bist es. Bomber Luigi, schön dich zu sehen. Nachdem du den Meistergurt abgelegt hast, ist die Zuschauerzahl sehr gesunken. Ich dachte schon, wir müssten das Geschäft aufgeben. Aber Arroyos hat sich wieder den Titel der Champions erkämpft. Und ich habe ganz schön damit zu tun, den Laden hier zu leiten. Oh, willst du vielleicht wieder kämpfen? Oh, deshalb bist du hier? Ja, bestimmt. So ist es doch. Sag schon. Super, ich wusste, dass du wieder kommen würdest. Es ist alles für dich vorbereitet, oh? Verzeih mir aber, deine Registrierung wurde storniert. Das bedeutet, du startest wie jeder Neuempfänger in der zweiten Liga. Keine Ausnahmen, Regeln sind Regeln. Ich nehme also deine Registrierung als Kämpfer entgegen. Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich im Hautenhaltsraum in der zweiten Liga an. Unser System erkläre ich dir nicht noch einmal, also bis dann. Ich habe eine Quest. Oh, das ist also den Job angenommen. Dann mach dich bitte gleich an die Arbeit. Räum bitte den Müllbeck, der sich im Lager angesammelt hat. Ich werde das Zeug mit Sicherheit nicht anrühren. Ich hoffe es mir ja jedenfalls aus den Augen. Okay, wir müssen den Müllbeck räumen. Im Lagerraum. Das sollte doch machbar sein. Im Ketscher-Shorts. Die Shorts der Champions. Der Geruch ist unglaublich. Iuuuuh. Äh, äh, äh. Geh. Maust du mir das dir das mal zeigen? Äh, die Flecken. Oh, die letzten Mal gewaschen. Wie viel Platz im Inventar habe ich dafür? Sind die überhaupt im Inventar? Äh. Jetzt, 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 jetzt. Alter. Was ist das für eine Quest? Kann ich bitte die Quest stornieren? Frage 5, Freund. Das ist doch ekelhaft. Also, wer macht sowas? Tut mir leid, Yoshi. Da musst du auch durch. Okay, da scheint nichts mehr zu sein. Hier sind keine Anthroosen. Okay. Habe ich denn alle? Okay. Okay. Habe ich denn hier vorne gucken? Scheinbar habe ich alle. Na, hier ist zum Glück keine Unterwäsche. Nach Rodelingen kommen wir wieder. Keine Sorge. Dann würde ich was sagen. Haben wir alles. Gut, dann gebe ich bitte ins Büro, wenn du mit Wurzgurfer was zu bereden hast. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Du stinkst irgendwie. Hast du einfach immer noch diesen Müll bei dir? Bring das Zeug irgendwo hin, wo es mir nie wieder unter die Augen kommt. Bei Gumbaniel, diesem Gumba aus Rolingen, wirst du es bestimmt los. Ich werde ihn informieren. Geh also zu ihm. Gumbaniel. Gumbaniel aus Rolingen. Bitte sag jetzt nicht. Ich muss dann wieder zurück hier nach Falkenheim. Das ist heute ja wahnsinnig. Du musst also wieder alles von vorne kämpfen. Wie gewohnt so zwei Runden mit Champion, ne? Sollten wir ja eigentlich hinkriegen, ne? Bist du, Gumbaniel? Du bist nur jemand, der alle Tipps und Tricks kennt. Das ist Gumbo. Gumbone. Das ist nicht Gumbaniel. Solche Gumbaniel finden. Das ist auch so eine Questie, müsste nicht sein, meiner Meinung nach. Bist du, Gumbaniel? Ah gut, da ist ja Gumbaniel. Totskofa hat mich schon informiert. Also, wo ist der Kerl, den du loswerden willst? Was? Kein Kerl, sondern Sachen? Naja, was auch immer. Was soll ich für dich entsorgen? Ganz viele Shorts. Das scheint die letzte gewesen zu sein. Einen dermaßenen Jinking Job hatte ich ja noch nie. Oh, das sollte ich dir ausrechnen von Totskofa honolieren lassen. Von A nach B, von B nach A, von A nach B. Ich hoffe, wir kriegen auch genug Honora. Totskofa, ich bin wieder da und gebe dir meine Sachen. Endlich ist dieses Zeug weg. Hier ist deine Belohnung. Vielen Dank. Wow, 30 Münzen. Der Gestank wird wohl noch eine Weile in dem Zimmer bleiben. Aber das ist nicht mein Problem. Ich gehe wieder. So, ich benutze jetzt den Yoshi, um ein bisschen schneller zu laufen. Kann man auch wieder schneller zurückzuholen. Das heißt, nur noch zwei Nebenquests und dann geht es eigentlich mit der Hauptstory weiter. Wäre es nicht zu viel gewesen, hätte ich vorher was gemacht. Kommt schon mal Yoshi. Ich hätte gedacht, dass Mario jetzt hier auch wieder absteigt. So, Herztorte vom Murli. Ich möchte eine Herztorte backen, habe aber vergessen wie es geht. Da ich meinen Laden nicht verlassen kann, bitte ich dich, mir das Rezept zu holen. Meistee aus Blütenweiler kennt das Rezept. Mich findest du im Zauberladen in den Katakomben. Also, dann gibt ihr Mühe. Mach ich. Von A nach B. Meistee. Okay. Blütenweiler. So viele Tuts gibt es ja nicht. Glaub ich. Bist du zu wie sogar schon der Masty? Luigi-Fan-Club. Okay. Ich glaube nicht, dass du... Meistee bist. Bist du, Meistee? Meistot. Ein weiblicher Tod aus Blütenweiler. Sie neigt wohl dazu, sich immer zu viele Sorgen zu machen. Aber sie spielt auch gerne mal die Unschuld vom Lande. Ganz schön abgebrüht. Meistot? Ja, das bin ich. Kann ich dir helfen? Was? Das Rezept für Herztorte? Ein Auftrag von Merli? Also, für Herztorte brauchst du Backmischung und Verwell-Pulver. Ich frage mich, für wen Merli ihn diesmal backt. Das ging schnell. Ich bitte tropsen die Katakomben hier erstmal verlassen und die Endo reingehen. Das geht meiner Meinung nach viel schneller. Oh, dann können wir in der nächsten Folge tatsächlich mit dem vierten Kapitel beginnen. Das wäre ein Träumchen. Weil die Röhre ist nämlich hier zu Merli. Was weiß ich ja noch. Ich muss nur in diese Röhre hier rein. Oder auch nicht. Welche Röhre muss ich denn noch mal rein? So lange her. An diese Röhre. Na, das war knapp. Hast du das Rezept für die Herztorte? Oh ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich. Aber was soll ich denn tun? Mir fehlt die Backmischung, um sie gleich zu machen. Und ich kann den Laden hier nicht einfach verlassen. Könntest du mir denn nicht die Backmischung besorgen? Ich möchte unbedingt diese Herztorte backen. Besorge mir doch die Backmischung, bitte. Genug davon, Themenwechsel. Demwegen das Glück, den ich erwähle und einen Zauberspruch erzähle. Uns allen ist begrenzt die Zeit. Bist du für einen Zauber bereit? Verzaubern bitte. Du streitst vor Zauber, Helle und Reihen. Darf traurigend noch ein Sprichlein sein? Ja, bitte. Wenn ich eh schon hier bin, kann ich auch direkt meinen Zauberspruch wieder erneuern. Kriege ich jetzt die Backmischung her? Das müssen wir, glaube ich... Ich glaube, das kriegen wir im Faltenheim. Weil sonst wäre die Mission nämlich schon vorher da gewesen. Weiß ich das erste Mal hier bei Wadi nehme ich nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich zurück zu Faltenheim muss. Ich hoffe es zumindest, weil sonst weiß ich wirklich nicht, woher ich Backmischung kriegen soll. Hätte ich mal vorher nach Backmischung geguckt. Bei Frechbau würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass sie das dort haben. Vielleicht beim Hodok-Stand? Hallo! Bartin hat die leckersten Hodoks vom Faltenheim. Für nur 10 Minuten bekommst du eins. Na, kein Hunger. Hier gibt es tatsächlich noch Hodoks. Das ist noch Souvenire. Punkttausch, Superpilz, Tarnkappelkopf. Wo kriege ich denn Backmischung her? Vielleicht auch in der Frischebau. Oh, noch ein Steinspieler, wovon das war jetzt nicht meine Absicht. Wo kriege ich denn jetzt Backmischung her? Eine Sekunde, äh, ich mache hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich habe mich kurz erkundigt. Ich muss ins Casino. Dann kann ich auch direkt meine Karte einsetzen. Hm. Wäre schön, wenn die mir das vorher gesagt hätte. Ich hoffe, das ist auch der Fall nicht, dass ich jetzt in Gamecube-Version nachgeguckt habe und dann ist es nicht in der Switch-Version. Aber sonst steht dann nix anderes außer nur im Casino. Oh Mario, du hast eine Mitgliedskarte bekommen. Wir werden das Spiel vorbereiten, dass du mit dieser Karte spielen kannst. Mario Marathon. Als Umgebung kann ich dir helfen. Ähm, Premium-Tausch? Du kannst die paar Mal die du im Spiel gewonnen hast, gegen Premium-Eintauschen. Es gibt hier Dinge, die du nirgendwo anders bekommen kannst. Also streng dich an. Und pack mal schon. Bald nach Item 1 hat ein Kampf wird der Item-Kaufpreis zum Teil erstattet. Superstar. Mehr Sterne AG nach Maros Schauanlage. Hm. KP+, PP+. Das wird lange zu sammeln. Ja, so, dann haben wir nochmal Yoshi. Yoshi, yabba, yabba, yu. Zumindest sind die Ladebalken hier. Ja, kurz. Jum, jum. Ich glaube, Rennen geht definitiv schneller. So, ich bin gespannt, was für eine nächste Fähigkeit wir kriegen, ne? Bei der letzten... ...haben wir ja keine Papierfähigkeit bekommen. Ich würde mal sagen, dass wir uns auch zum Schiff falten können, weil da ist natürlich so ein Schiff-Symbol auf dem Steak. Auf dem Steak. Bei mir, wie man zu den anderen Häuschen kommt, da ist wahrscheinlich hinter der Sprengwand noch eine Röhre. Ich wollte nur zeigen, was passiert, wenn man zu früh abspringt. Wenn du mir jetzt auch noch diesen Pulver antrimpelst, dann weiß ich jetzt wirklich nicht weiter. Oh, hast du die Backmischung? Vielen Dank. Was wäre dieser Kuchen ohne die richtige Backmischung? Außerdem gehört in die Herztorte viel Verwirrpulver. Ich werde sie heute Abend noch backen. Für ihn. Und ich werde all meine Zauberkraft hineinlegen. Ich bin dir so dankbar. Bitte, deine Belohnung. Dein Auftrag ist erledigt. Und jetzt beginnt die letzte Quest. 23 Minuten nach, das packen wir noch. Dann können wir direkt in der nächsten Folge mit dem neuen Kapitel beginnen. Garmin Schmaus Knospi. Es gibt etwas, das ich unbedingt essen möchte. Ich brauche einen Boten. Bitte kommt zu mir nach Blütenweiler. So, dann gehen wir nochmal nach Blütenweiler. Falsche Röhre. Das ist definitiv nur Röhre hinter der Wand. Gleich sagt er, ich möchte ein Hot Dog. Sie ist doch jetzt schon kommen. Dieser Ort ist so friedlich. Das mögen die Blumen. Aber man sagt, es gäbe auf der Welt auch Orte, an denen keine Blumen blühen. Ich hoffe, irgendwann werden auch an solchen Orten die Blumen blühen können. Deshalb lasse ich auch immer schön fleißig die Polen fliegen. Ach, tschi. Du warst der falsche Knospi. Guten Tag, mein Freund, ich bin dein Knospi. Du hast meinen Auftrag angenommen, nicht wahr? Das macht mich sehr glücklich. Könntest du mir vielleicht ein Hot Dog bringen? Man sagt, diese Hot Dogs sollen sehr scharf sein. Ich habe noch nie im Leben etwas gegessen, das scharf ist. Man sagt, diese Hot Dogs werden in Falkenheim verkauft. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir einbringen konntest. Ich habe meine große Klappe. Jetzt kann ich wirklich nach Falkenheim. Zumindest sind die Höheren hier. Gab es in der Gamecube-Version eigentlich auch diese Abkürzungsröhren? Wenn nicht, dann wäre das wirklich mies. Was ja immer ein Hin und Her wäre. Hallo, ist der Kleinde etwa aus diesem widerspenstigten Ei geschlüpft? Oh, das rührt mich. Aber kostet doch einem vom Brat den Säckern Hot Dogs Säckers in der 10 Münzen. Mal kommen. Sicher, sicher. Und dann der nächste. Ich möchte gerne zwei Hot Dogs. Ich gebe dir ein und hole den Rest alleine. Und dann wieder zurück zur Blütenweiler. Und dann wieder zurück zur Blütenweiler. Und hast du mir etwas mitgebracht? Hier ist dein Hot Dog. Oh, das ist also ein Hot Dog. Ich muss ihn sofort probieren. Das ist also der Geschmack, den man ein Schaf nennt. Das macht ja süchtig. Kannst du mir vielleicht noch einen von diesen Hot Dogs bringen? Ich werde mich dir wirklich sehr verbunden fühlen. Es macht mich sehr glücklich, dass du mir noch ein Hot Dog gebracht hast. Ich werde ihn direkt... Oh, scharf. Aber das... Das war scharf. Ach, küsste ich wirklich. Das war... Das war nicht nur scharf. Nein. Das war sogar scharf. Aber ehrlich gesagt, habe ich jetzt große Lust auf etwas Süßes. Zu guten Essen gehört ein guter Nachtisch. So sagt man doch, oder? Ob du mir wohl eine Moos-Torte bringen könntest? Dann macht sie aus Backmischung, glaube ich. Das wäre sehr nett von dir. Oh, ich kann auch was. Oh, ich kann das nicht verlieren. Ich kann das nicht verlieren. Oh. 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 Ich hoffe, der Mario will keine 2 Moose-Torten, weil so viel Geld habe ich jetzt auch nicht beim Palma-Münzen verpackt bei Schaum. Und er hat mir auch keine zweite Zutat gesagt, deswegen hoffe ich jetzt mal einfach, dass Raistlet weiß, was ich möchte. Yoshi, I need your help. Ich glaube, ich brauche noch mal einen Bug-Mischel. Nein, danke. Guten Tag Mario, ich bin Palmos, der Wechselautomat. Bei drei Münzen erhältst du eine Palma. So kann ich eigentlich auch die Palmas kriegen für meine Orden, okay. Das ist eine aufwendige Quest. Die sind alle so aufwendig geworden. Ach du schon wieder? Du siehst gut aus oder so. Möchtest du, dass ich dir etwas koche? Also dann, ich koche mit einer Backmischung. Ich werde dir etwas fabelhaftes zaubern. Ein bisschen Geduld bitte. So und fertig, ich hoffe es schmeckt dir. Hier bitte. Eine Moos-Torte. 15 BP. Okay. Komm schon Yoshi, Yabaiyabaiyong. Schon eine halbe Stunde für drei Quests. Halleluja. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Halt, du. Halt, du. Halt, du. Und, hast du mir etwas mitgebracht? Hier bitte schon deine Moos-Torte. Oh, eine Moos-Torte? Da will ich doch gleich. Oh, oh. Das ist so süß. Ich bin sehr zufrieden. Du hast aber auch alle meine Wünsche erfüllt. Auch Knopfwiesen möchten sich manchmal verwöhnen lassen. Ich danke dir jedenfalls sehr. Vielleicht war ich ja so anspruchsvoll, weil es hier so friedlich ist. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Nur Frieden, Liebe und gutes Essen. Das hier möchte ich dir zum Dank geben. Ja, nimm es ruhig. Eine Trockenblume. Ein Geschenk von Knospi. Ich stelle eine Kraft. Diese Trockenblume habe ich selbst gepflanzt, gepflegt und gepflückt. Wenn du noch eine haben willst, bring mir einfach noch einen Hordock. Ich freue mich immer über einen Besuch. Also, vielleicht bis bald. Ja, wir haben es. Wir haben es. Wir können in der nächsten Folge mit einer neuen Hauptstory weitermachen. Aber ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.